Keine Flüge, Geldautomaten und auch Kassen funktionieren nicht mehr, so wie Operationen müssen verschoben werden. Was klingt wie aus einem Hackerfilm, bei dem die Infrastruktur angegriffen wird, das ist am 19.07., also am Freitag, tatsächlich weltweit passiert. Doch mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, statt eines Hackers haben sich hier zwei Großkonzerne die Blöße gegeben. Nummer 1 ist CrowdStrike, ein Anbieter von umfangreichen Antivirenprogrammen für Unternehmen, mit allem, was heutzutage noch dazugehört, das ist ja zum Beispiel künstliche Intelligenz hier und diverse andere Komponenten, also hier geht es um Schutzsoftware für Unternehmen. Bis vor wenigen Stunden haben Sie auf Ihrer Homepage Angst geschürt, Ihr Unternehmen, das kann innerhalb von nur 62 Minuten ruiniert werden, mit hier verschiedenen Monstern, um das zu verdeutlichen, haben Sie jetzt vor kurzem runtergenommen, ich habe hier mal ein Bildschirmfoto gemacht, weil das ziemlich schlecht gealtert ist. Wie gut, dass man hier die passenden Schutzlösungen dafür anbietet, damit lässt sich übrigens richtig viel Geld verdienen. Im Jahr 2023 nahmen Sie 3,44 Milliarden US-Dollar ein, da konnten Sie Ihren Umsatz um satte 34% gegenüber den Vorjahreszahlen steigern. Doch dafür muss man dem Anbieter sehr viel Vertrauen entgegenbringen, diese ganzen Antivirensoftware, die greift sehr tief in das System ein, da kommt es immer wieder zu diversen größeren Problemen, hier zum Beispiel hat der Antivirus die E-Mails gefressen, ein weiteres Beispiel hier vom Firefox, da wird es dann auch kritisch, der Passwortspeicher ist beschädigt, also da sind dann Datenverluste vorhanden, hier habe ich noch ein drittes rausgesucht bei Symantec, der macht den Google Chrome Browser kaputt, da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, ich habe hier bloß einen kleinen Auszug. Man sollte daher meinen, dass so ein Unternehmen sich seiner besonderen, sicherheitskritischen Funktion bewusst ist, und alles hier dort noch viel penibler geprüft und entwickelt wird, doch das Gegenteil ist der Fall. In der Praxis war dieses Update völlig kaputt, alle Windows-Systeme, die das bekommen haben, die sind darauf gecrasht, da kam es zu einem Blue Screen, die kamen nicht mehr hoch, waren in so einer Neustartschleife gefangen, weil die da einen Treiber ausgeliefert haben, der eben vollkommen kaputt ist. Die Liste der Betroffenen, die das einsetzen und jetzt hier kaputte Computer haben, die ist sehr lang, wir haben hier zum Beispiel Volksbank, Spardabank, Sparkasse, also diversen Banken, dann hier die Telekom, Vodafone, die waren auch nicht erreichbar, Mercedes, Continental AG, verschiedene Fluggesellschaften. Gerade die Flughäfen waren da in Berlin besonders betroffen, da ist nämlich Ferienanfang, der zweite Tag, da waren also viele unterwegs, aber hier ging nichts mehr, die haben bloß noch Fehlermeldungen gesehen, konnten da keine Check-ins mehr machen, das ist alles komplett stehen geblieben, da ging eben nicht mehr viel. Dazu ist das eben nicht nur ein deutsches Problem, sondern das betrifft hier weltweit diverse Länder, diverse Unternehmen, Unternehmen, das betrifft auch kritische Infrastruktur, hier zum Beispiel eine Klinik, die hat alle Operationen absagen müssen, bloß noch Notfälle und sie gehen jetzt davon aus, dass am kommenden Montag alles wieder laufen soll. Das ist hier wie gesagt ein sehr, sehr großes Problem, also eine Dimension, die man so nur sehr selten sieht, es wird deswegen auch als größter Ausfall in der IT-Branche, zumindest bisher gesehen. Wie groß das Ausmaß sein muss, das zeigt ein Blick auf die Homepage, hier wirkt man noch stolz damit, 29.000 Kunden, die vertrauen diesem Unternehmen, das heißt, die sind potenziell betroffen. Wichtig ist, hier geht es um Unternehmenskunden, das sind keine privaten PCs, sondern das sind Firmen, teilweise Regierungseinrichtungen, also alles größere Organisationen, das heißt, ein Kunde, der kann hier in der realen Welt, bei uns, Normalbevölkerung, sehr starke Auswirkungen haben. Bisher gibt es nur ein Workaround, der fordert aber händisches Eingreifen auf den Geräten, da muss jemand das Ding im abgesicherten Modus starten, also die Windows-Computer, Linux und Mac OS sind ja nicht betroffen, und darin eben den kaputten Treiber löschen, anschließend kann man den neu starten. Darüber hier die Microsoft-Verschlüsselung BitLocker nutzt, der hat richtig Pech, dann kommt nämlich am Anfang so eine Meldung, dass man den Wiederherstellungsschlüssel eingeben muss, der hat 48 Zeichen und den muss man erstmal haben, beziehungsweise drankommen, wenn der auf einem Windows-Computer läuft, den man mit CrowdStrike super schützen wollte, dann ist der ja auch kaputt und man kommt eben nicht mehr an die Daten. Auch wer Glück hat, weil er zum Beispiel das auf GNU-Linux liegen hat oder auf macOS, der muss hier alle Systeme durchgehen, das sind teilweise bei Unternehmen mehrere tausend Computer, die man da jetzt von Hand anfassen muss, also da müssen die guten alten Turnschuh-Admins ran, das wird eine ganze Weile dauern, bis das überall wieder korrigiert ist. Microsoft mag keine Konkurrenz und hat deswegen bewiesen, dass sie das auch können, die haben nämlich in ihrer Azure-Cloud eine falsche Konfiguration eingespielt, wodurch dort zahlreiche Dienste nicht erreichbar waren. Das betrifft zum einen Azure selbst, aber auch eben die Microsoft-Cloud-Dienste, also Microsoft 365, die waren hier ebenfalls zu einer sehr ähnlichen Zeit, nur wenige Stunden Versatz, nicht erreichbar, zumindest teilweise nicht erreichbar. Laut Microsoft hängt das nicht zusammen, sondern ist halt bloß zufällig, hat man dort auch was falsch gemacht, was kaputt ist, verteilt. Das wird aber teilweise in den Medien durcheinander geworfen. Trotzdem ist Microsoft nicht ganz unschuldig, dass so eine Katastrophe überhaupt möglich ist. Sie sind da mindestens Steigbügelhalter, weil Antivirus-Programme da eben direkt in den Körner reingehen, also auf unterster Ebene, da kann man sehr viel kaputt machen und wenn da was schief läuft, dann ist das ganze Windows eben im Eimer, wie man gesehen hat. Bei Linux gibt es ja schon seit vielen Jahren mit eBPF eine bessere Lösung, da kann man nämlich Programme im Benutzerkontext ausführen, die können trotzdem tiefer ins System eingreifen, aber das wird eben nochmal geprüft. Mangelhaft entwickelte Programme, die den Körner negativ beeinträchtigen oder gar zum Absturz führen können, die lässt man gar nicht erst rein. Wie so viel ist, versucht Microsoft auch das zu kopieren, aber sie sind ziemlich spät dran, hier 2021, und das Ganze scheint noch nicht so ausgereift zu sein, damit das wirklich diese alten Hacks ersetzen kann. Daher hacken die Antivirenprogramme immer noch im Körner rum und wenn ihr eben murksen, dann ist das Windows kaputt, der Nutzer muss sich dann damit rumschlagen, wie er das wieder zum Laufen kriegt. Der Chef, der für diese katastrophale Qualität, die da ausgeliefert wurde, verantwortlich ist, der bedauert die Auswirkungen zutiefst, davon können sich aber die Betroffenen wenig kaufen. Drum ist jetzt die Frage, was kostet so ein Desaster? Das ist im Moment noch ziemlich früh, wird ein bisschen dauern, bis man das abschätzen kann, aber es ist schon mal klar, das ist so umfangreich, das geht in die Milliarden, alleine mehrere tausend Flüge konnten nicht stattfinden. Hier seht ihr es, verschiedene Shops haben auch schließen müssen, weil da eben die den Computer für die Kasse zum Beispiel brauchen, wenn der dann nicht mehr funktioniert und man hat da keinen Notfallplan, dann ist da eben Ende. Hier die Flughäfen, die sind teilweise leer, weil die da eben auch die Leute nicht abfertigen können und das wird nicht besser werden, weil das kein Einzelfall ist, das ist ziemlich normal. Hier bei Atlashin zum Beispiel, auch da wird mangelhafte Software ausgeliefert, mit Sicherheitsproblemen, mit Qualitätsmängeln, aber die Leute kaufen es trotzdem und deswegen sehen die da auch keinen Grund, da irgendwas besser zu machen, das kostet ja bloß Geld, warum soll man Geld ausgeben, wenn man das auch mit weniger Investitionen verkaufen kann. Das sage übrigens nicht nur ich, hier hat man mal eine Studie durchgeführt, das ist noch gar nicht so lange her, 2020, über drei Viertel der befragten Unternehmen, die schicken Code mit bekannten Sicherheitsmängeln in die Produktion, weil man eben da Geld sparen möchte und das Wichtige ist, irgendwelche neuen Funktionen auszuliefern, den Aktionären zu zeigen, hier passiert was. Das Problem betrifft die ganze Softwarebranche, aber hier bei CrowdStrike, da hat man eben jetzt mal, wo der Name wortwörtlich von dem Unternehmen wurde, fällt das eben auf, wenn hier reihenweise im ganz großen Stil Millionen von PCs auf einmal umknicken, weil hier das kaputt gemacht wird. Auch bei diesem Unternehmen muss man nicht lange suchen, hier am 28. Juni, also keinen Monat vorher, hatten sie schon schwere Probleme auf Windows, also das ist bei denen jetzt auch kein Einzelfall, diesmal knallt es halt mehr wie sonst. Für die Schäden wird der Verursacher natürlich nicht aufkommen, wir haben keine Softwarehaftung und die haben im Regelfall richtig große Verträge, wo dann alles Mögliche ausgeschlossen ist, also wo ihr dann eben in den meisten Fällen kein Geld von denen bekommt oder vielleicht höchstens ein Trinkgeld, wenn überhaupt. Manche sagen, das war es für das Unternehmen, davon bin ich überhaupt nicht überzeugt, gerade weil das branchenüblich ist. Guckt euch mal an, was ist hier passiert, der Aktienkurs, der ist hier ein bisschen gesunken, im längeren Verlauf, da fällt das kaum auf, guckt euch mal an, dafür, dass hier ein granatenmäßiger Mangel ausgeliefert wurde, die halbe Welt steht still, nur hier ein kleiner Absturz hier, die sind trotzdem immer noch stark am Wachsen, trotz dieses kleinen Absinkens, das wird jetzt vielleicht noch ein paar Tage so weitergehen und dann sieht das Ganze schon wieder viel besser aus, hier waren sie schon mal auf dem Kurstief, also das sieht in ein paar Wochen schon wieder anders aus, dann kaufen die Leute wieder das Zeug, die haben da generell ein kurzes Gedächtnis. Ich kann euch hier auch noch ein Beispiel liefern, nämlich McAve, auch das ist ein Hersteller von Antivirensoftware, die haben hier schon mal eine andere Katastrophe im Jahr 2010, in ähnlicher Form gemacht, damals Windows XP, da haben sie auch kaputte Updates ausgeliefert, diverse Systeme sind stillgestanden, auch das war nicht das erste Mal, they did it again. Und apropos McAve, der CEO von unserem aktuellen Katastrophenunternehmen, der war bis vor ein paar Jahren auch bei McAve, hier könnt ihr es sehen, das heißt, der kennt sich mit solchen Krisen aus, der weiß, wie man sowas aussitzt und die Kosten auf die Kunden auslagert. Im Übrigen reden wir hier von einer Industrie, bei denen ein großes Unternehmen schon 2008 gesagt hat, wir haben euch 20 Jahre lang belogen, ein anderes hat 2014 gesagt, Antivirensoftware ist tot, die ist nutzloser, die ist zunehmend auf Schadensbegrenzung fokussiert und auch das funktioniert nicht so richtig, deswegen wird das schon seit Jahren diskutiert, ob das mehr Risiko als Schutz ist. Ich arbeite schon seit mehreren Monaten parallel an einem Beitrag über die Gefahren von Antivirensoftware und kann schon mal spoilern, dafür gibt es sehr, sehr viele Belege und das kann man eben nicht auf ein bestimmtes Produkt festmachen, denn wir halten mal fest, das System, was hier gerade massenhaft Millionen an PCs zerstört hat, das hier ist die Zukunft der Cybersicherheit, also die sagen, wir sind die Türsteher, wir beschützen euch, aber der Türsteher, den ihr bezahlt habt, der schlägt euch jetzt die Bude kaputt und ihr steht da vor dem Trümmerhaufen. Das zweite Problem ist, dass wir generell bei Software keinen Anreiz haben, da irgendwas besser zu machen. Im Übrigen hat hier jemand, das Ganze sich mal angeguckt und der sagt, das war hier ein Nullpointer in C++, also auch das sind Sachen, die sind seit Jahrzehnten bekannt und seit Jahren gibt es dafür Lösungen, zum Beispiel Code-Analyse oder auch speichersichere Sprachen, die das besser machen. Selbst wenn ein Großkonzern dafür zu geizig ist, könnte er diese Software wenigstens von einem Azubi auf einem Windows-PC testen lassen, dann hätte man das nämlich auch sehr, sehr schnell festgestellt, aber auch das wollte man sich sparen, das liefert man direkt in Produktion aus und hat dann eben hier dementsprechende Ergebnisse. Daher wird das auch so weitergehen und da ist die nächste Eskalation nun ein Angriff, dass eben der Angreifer da über diese Update-Mechanismen Schadsoftware verbreitet, statt eben hier bloß ein kaputtes Update. Das würde ja keiner merken, wenn die nicht mal kaputte Updates merken. Oh, das hatten wir schon, ganz vergessen, 2021 mit Solarwines. Die haben ihre Software auch nicht im Griff, hatten da Solarwines 123 als Passwort und haben hier eben Dutzende Unternehmen, sogar das Finanz- und Handelsministerium in den USA angegriffen. Wer jetzt denkt, naja, aber nach dem großen Angriff müssen die doch Lehrgeld bezahlt haben, da ist jetzt alles besser. Nö, überhaupt nicht. Die machen weiter wie bisher. Die geben Software raus, die nicht viel taugt, die voller Sicherheitslücken ist. Das kann man hier ständig beobachten, was die da an Sachen haben. Das sind einfachste Lücken, die jeder Azubi finden könnte, aber ist bei denen offensichtlich keine Priorität, weil man ist ja schon mal damit durchgekommen, warum sollte man das jetzt anders machen. Das Internet, das macht sich mit einer Schwämme von verschiedenen Memes über CrowdStrike und Microsoft lustig. Teilweise staunt man auch, wo überall Microsoft Windows eingesetzt ist, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Dazu gibt es in sozialen Netzwerken zahlreiche Bilder von Blue Screens und eben anderen kaputten Windows-Systemen, die da in so einer Neustartschleife hängen. Was denkt ihr über die Aktion, die CrowdStrike da fabriziert hat? Kann man denen noch vertrauen? Schreibt es gerne auf uLabs.de ins Forum oder hier in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.